wow sensation nico santos 30 hat es endlich bestätigt und das bringt uns zum jubeln der star der 2017 mit seinem hit ruftop international durchstartete hat bisher sein privatleben geheim gehalten doch letzten jahres hat er heimlich seine wunderbare aileen auf mallorca geheiratet vor einigen tagen gab es erste gerüchte dass die beiden turteltauben bald eltern werden könnten und jetzt endlich hat sich nico persönlich zu wort gemeldet in einem bezaubernden instagram post teilt er mit dass er gleich zwei sensationelle neuigkeiten hat die erste ist eine wirklich großartige nachricht wir erwarten nachwuchs ja ihr habt richtig gehört die süßen baby news sind offiziell nico und seine frau wollten diese besondere neuigkeit eigentlich noch etwas länger für sich behalten doch die medien waren schneller trotzdem bittet er nun seine fans die privatsphäre seiner familie zu respektieren da er nun als baldiger vater in spä seiner familie in dieser besonderen zeit beistehen möchte hat nico schweren herzens entschieden seine tour zu verschieben aber keine sorge die fans sind außer sich vor freude und gratulieren der kleinen familie von herzen herzlichen glückwunsch und ganz viel liebe wir verstehen eure entscheidung vollkommen und freuen uns umso mehr auf den herbst und alles liebe für eure kleine familie für solch eine wundervolle nachricht verschiebt man doch gerne die tour sind nur einige der begeisterten kommentare unter seinem statement wir freuen uns von herzen für nico und seine frau und können es kaum erwarten dass süße familienmitglied willkommen zu heißen lasst uns in den kommentaren eure besten glückwünsche hinterlassen und diese großartige nachricht feiern nachricht feiern